10 Jahre und 4 Alben. Das letzte verkaufte sich über 2 Millionen Mal. Das englische Trio Muse setzt heute seine spektakuläre Sommertournee fort, während wir darauf warten, dass ihr nächstes Album erscheint. Leider erst Ende 2008. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017